Nach leider zwei Wochen Pause kommen wir heute zu Teil 2 bzw. der zweiten Wunsch-App Review. Es handelt sich hierbei um Hayday, hat auch sehr, sehr viele positive Stimmen bekommen, das heißt, da wurde oft gefordert bzw. gewünscht, dass ich dazu auch bitte eine Review mache. Ich kann dazu sagen, zum einen, Hayday ist auch von Supercell, das heißt von den Clash of Clans Entwicklern, kann kostenlos heruntergeladen werden und was ihr genau bei Hayday machen könnt und wie Hayday funktioniert und ob ich es euch empfehlen kann, all das erfahrt ihr in diesem Video. Was ich vorweg sagen kann, ich habe Hayday letztes Jahr mal für circa ein, zwei Monate gespielt, habe dann ehrlich gesagt ein bisschen die Lust daran verloren und dadurch, dass jetzt das Video wieder ansteht bzw. ich mich dadurch wieder mit beschäftigen musste, spiele ich jetzt wieder seit zwei Wochen sehr intensiv und habe auch wirklich wieder richtig Gefallen gefunden. In der Zwischenzeit gab es zahlreiche Updates von Supercell, hier wird ebenfalls regelmäßig geupdatet, genauso wie man es auch von Clash of Clans bekannt ist. Wie ihr schon seht, man hat bei Hayday seine eigene Farm, wo sowohl Tiere als auch Pflanzen angebaut bzw. ernährt werden müssen und das Spielprinzip ist auch hier so, ihr könnt das Spiel kostenlos spielen, könnt es ohne echtes Geld weit bringen. Möchte man auch hier Vorgänge beschleunigen, ist es wie bei Clash of Clans, dass man mit in diesem Fall Diamanten, die wir hier oben sind, sich die für echt Geld kaufen kann und hat dann so die Möglichkeit, im Spiel deutlich schneller voranzukommen. Preise sind hier identisch zu den Clash of Clans Preisen, also es geht hoch bis zu knapp 90 Euro. Kann das Spiel aber auch, wie ich es in diesem Fall auch gemacht habe, komplett ohne echt Geld spielen. Dauert dann alles vielleicht ein bisschen länger, aber klappt wirklich gut. Jetzt zoomen wir erstmal rein und sehen hier unsere ersten zwei Kunden. Tippen wir hinauf, der eine möchte gerne Wolle kaufen, wir sehen, wir haben drei Stück, er möchte eins. Bieten wir ihm gerne an und dann schauen wir gleich noch, was die junge Dame will. Die hätte gerne Mais, bekommt sie auch. Wir sehen, zum einen in der Mitte ist mein aktueller Level, inklusive dem Erfahrungsbalken, sobald sich dieser füllt, steige ich eine Stufe auf. Links über die Einstellungen kann ich mich mit Facebook verbinden, kann meinen Farmnamen ändern und kann Musik einstellen und dergleichen. Auch hier sehr schön, das Ganze ist im Game Center gekoppelt, das heißt, wenn ihr euch auf einem anderen iOS-Gerät, ich zum Beispiel auf meinem iPad, auch mit eurer Apple-ID und mit eurem Passwort im Game Center anmeldet, könnt ihr auf mehreren Geräten auf den gleichen Spielstand zugreifen. Hier sehen wir es momentan, meine Pflanzen, die ich angebaut habe. Möchte man die ernten, in diesem Fall sind alle fertig, tippt man hinauf und kann dann einfach mit so einer Sense hinüberfahren und man sieht dann, ich lagere alles in mein Silo ein, das eine gewisse Kapazität hat. Hier sehen wir meine zwei Hauptlager, zum einen dieses Silo. Tippe ich hinauf, sehe ich alle momentanen Pflanzen, die drin sind und möchte ich das vergrößern, kann man auf Lager und Vergrößern gehen. Und hier ist zum Beispiel ein Punkt, was sehr, sehr schwierig ist. Diese Gegenstände bekommt man nur durch Zufall. Wenn man zum Beispiel Pflanzen erntet, kann es sein, dass mal Holzbretter dabei sind und bis man die mal hat, kann es dauern. Das heißt, bis man sein Silo-Lager immer wieder upgradet, ist es recht mühsam. Mein anderes Lager, das ich habe, ist das Scheunenlager. Auch hier hat man die Möglichkeit, das stets zu vergrößern und auch hier sind die Gegenstände, die dazu notwendig sind, nur durch Zufall zu erwerben und hier wird dann der ganze Rest gelagert, den man herstellen kann, wo wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Haben wir zum einen hier unser Feld, möchten wir neue Sachen anbauen, können wir einfach hinaufgehen, nehmen dann die Pflanze, die wir wollen, ziehen die über die leeren Felder und können die so anbauen, haben dann alle unterschiedlich lange Erntezeiten, die Sojabohne 20 Minuten, der Mais 5 Minuten und so kann ich alle meine Pflanzen anbauen und dann auch vermehren. Schau mal, die Dame hätte gerne etwas Weizen, auch gar kein Problem. Das nächste, was wir hier drüben haben, ich habe sie so angebaut, das sind meine Tiere. Allgemein lassen sich alle Gegenstände im Spiel frei bewegen, indem ich lange darauf tippe, was wir zum Beispiel mal hier mit dem Kuhlager machen und dann kann ich den, wo ich den möchte, theoretisch frei rumbewegen. Wir setzen jetzt mal wieder dahin, wo es war. Man sieht in diesem Fall, meine Kühe sind mehr oder weniger erntereif. Ich kann mit meinem Eimer hinübergehen und sammle dann die komplette Milch ein und man sieht, wenn sie dann nicht mehr am Milch produzieren sind, liegen sie am Boden und kann sie dann im Nachhinein, wenn ich Kuhfutter habe, wieder füttern und habe dann so die Möglichkeit, dass sie wieder Milch produzieren. Wozu brauche ich die Milch? Zum Beispiel hier, um in meiner Molkerei verschiedene Produkte herzustellen. Wir können zum Beispiel Butter herstellen, indem wir einfach die Butter nach unten ziehen, ebenfalls Käse und dergleichen. Schweine, ganz klar, geben in diesem Fall Bacon. Meine Hühner geben mir Eier und meine Schafe, wenn ich die ernte, sage ich mal, geben mir Wolle. Mit diesen Grundgegenständen kann ich dann diverse Sachen herstellen, Kuchen und dergleichen. Was bringt mir das? Wir tippen zum einen hier auf die Tafel und sehen hier verschiedene Bestellungen von Kunden. Hier möchte zum Beispiel jemand 14 Kürbisse, 11 Kürbisse und wir haben 14. Wenn wir einmal auf den Wagen tippen, dann fährt der weg und wir verdienen etwas Geld. Sobald die Bestellung weg ist, flattert schon wieder die nächste ins Haus und wir können hier Bestellung durch Bestellung durchgehen und können schauen, dass wir den Kunden die geforderten Dinge liefern. Diese lassen sich dann hier über verschiedene Gebilde herstellen. Wir haben hier Futtermühlen, dort können wir Futter herstellen, haben einen Kuchenofen, wo wir Kuchen backen können, haben einen Grill, einen Tortenofen, einen Webstuhl, eine Bäckerei und haben auch noch zum Popcorn herstellen einen Popcorn-Topf. Was sehr schön ist in dem Spiel, wenn man Level aufsteigt, kommen immer wieder neue Gegenstände hinzu. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal in den Shop reinschauen, ganz oben haben wir Feld, dass wir auch immer wieder neue Felder hinzubekommen, wenn wir aufsteigen. Ebenfalls dann auch verschiedene Ställe, Hundehütten, später, wir sehen bei Level 32, kommt ein Ziegengehege dazu. Ich kann mir dann auch immer, wenn ich Level aufsteige, ab und zu neue Tiere kaufen. Genauso auch Gebäude, die dann auch im Verlauf des Spiels eine Menge kosten. Man sieht zum Beispiel hier, ich könnte mir momentan eine Saftpresse bauen, habe aber da bei Weitem nicht genug Gold. Möchte ich exquisitere Sachen, beziehungsweise Früchte haben, kann ich mir diese einfach anbauen und dann auch in gewissen Zeitabständen ernten und habe natürlich auch nahezu unbegrenzte Möglichkeit, mir diverse Deko-Gegenstände zu kaufen, um den Farben meinen individuellen Touch zu verleihen. Was ich auch machen kann, wenn ich zum Beispiel zu viele Gegenstände habe, wo mein Lager zu groß ist, gehe ich einfach in meinen Straßenverkauf und habe dann hier die Möglichkeit, Gegenstände zu verkaufen. Zum Beispiel können wir sagen, wir brauchen jetzt, ich schaue gerade mal, beziehungsweise wir füttern erstmal unsere Schafe. Dann können wir wieder etwa ganz wenig Platz schaffen. Haben dann hier hinten einen Schacht, einen Minenschacht, in dem wir diverse Rohstoffe abbauen können. Diese lassen sich dann in unserem Schmelzofen weiterverarbeiten. In diesem Fall sind beide Slots noch besetzt. Und schon wieder ist die junge Dame da, wollte in diesem Fall Sojabohnen, die wir nicht zu bieten haben. Wir können jetzt hier unsere produzierten Sachen einsammeln, haben die nächste Bestellung fertiggestellt und können auf den Lieferwagen tippen. Alles in allem kann man sagen, ist das das Spielprinzip von Heyday. Durch die Updates kommen immer viele nette Sachen hinzu. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier noch die Brombeeren und können jetzt für eine weitere Bestellung hier einen Brombeeren-Muffin backen. Zusätzlich, was ist es noch, gibt es hier dieses Schiff? Hier werden tagtäglich kommen mehr oder weniger neue Bestellungen rein, die ihr dann mit der Fracht beladen könnt. Und wenn ihr das Schiff voll habt, werdet ihr zusätzlich mit Erfahrungspunkten und etwas Geld belohnt. Und was ich jetzt gerade freigeschaltet habe, was gebaut wurde, ist hier mein Fischerboot, mit dem dann in Zukunft auch Fische geerntet werden können, beziehungsweise geangelt werden können, die dann zeitweise auch von Kunden oder Bestellungen gebraucht werden und die ich dann ausliefern kann. Sehen wir zum Beispiel hier bei dieser Bestellung, haben wir ein Fischfilet, das ich dann später dann angeln kann, wenn ich denn mein Fischboot freigeschaltet habe. Natürlich hat man auch jede Möglichkeit, seine Gamecenter-Freunde zu besuchen. Man kann hinauftippen, kann sie sich anschauen. Man sieht, da gibt es wirklich sehr, sehr nette Farmen, die je nachdem ganz individuell aufgebaut sind, kann sich auch gegenseitig zum Beispiel bei den Bootsmissionen helfen oder kann auch, wenn derjenige Sachen in seinem Straßenverkauf verkauft, direkt darauf hinzugreifen. Das sehen wir hier zum Beispiel. Und wenn ich jetzt irgendwas für eine Bestellung bräuchte, kann ich das auch, wenn ich etwas Zeit sparen will, einfach mit meinem gesammelten Münzgold bei einem Freund aus meinem Gamecenter kaufen und kann dann so deutlich schneller auch bei vielen Aufgaben ans Ziel kommen. Ihr seht schon auch in Heyday, man kann wirklich eine Menge Zeit investieren. Ist ein sehr nett gemachtes Spiel, sehr liebevoll gemachtes Spiel. Ich finde die Grafik sehr, sehr schön und man kann auch wirklich sagen, da hat Supercell auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also es steckt sehr, sehr viel Liebe darin und im ersten Blick, ich habe es mittlerweile auf vielen Geräten von jungen Damen gesehen oder auch kleinerem, das heißt bei denen kommt es schon mal gut an, aber ich kenne auch den einen oder anderen Jungen in den unterschiedlichsten Altersklassen, der mit Heyday wirklich eine Menge Spaß hat. Und durch das Videomachen, muss ich sagen, habe ich auch wieder, beziehungsweise durch das Vorbereiten auf das Video, habe ich auch in gewisser Weise wieder richtig Lust an Heyday bekommen und ist auch ein nettes Spiel für zwischendurch. Das heißt, neben Clash of Clans wird das jetzt bei den diversen Mahlzeiten, die ich am Tag zu mir einnehme, wie Frühstück oder Mittag, wird parallel auch nochmal die Farm gecheckt, ob da soweit alles in Ordnung ist, werden Getreide geerntet, Tiere gefüttert, neue Lieferungen ausgestellt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr nett gemachtes Spiel. Auch hier, wie gesagt, man kann viel Geld liegen lassen, kann es aber auch problemlos, wenn man dann etwas Geduld mitbringt, ohne Echtgeld spielen. Und von mir wirklich zum einen eine klare Empfehlung für Heyday und auch für euch mehr oder weniger ein Thumbs up, dass ihr Heyday in eure Wunsch-App-Reviews gewählt habt. Habt ihr wirklich alles richtig gemacht, finde ich eine wirklich richtig klasse App. Könnt natürlich auch gerne in meiner Farm beitreten, mit meiner Freundesliste, über Brennerchen im Game Center. Ebenso, ich verlinke es euch natürlich wieder in der Beschreibung. Ihr könnt mir gerne auf Facebook und auf Twitter folgen, wo ich euch stets mit rund um Apple News up-to-date halte, was neue Videos angeht und dergleichen. Und habt dann natürlich auch die Möglichkeit, solltet ihr es denn noch nicht haben, mich zu abonnieren, sodass ihr auch da dann stets bei neuen Videos zeitgleich, sobald sie online sind, informiert werdet. Soviel jetzt zu Heyday. Ich hoffe, dass ich eine weitere App, also sprich die dritte im Bunde, die ihr euch rausgesucht habt, nächstes Wochenende schon reviewen kann. Gebt da wirklich mein Bestes, dass ich das zeitlich irgendwie hinbekomme. Wird mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hochgebt. Könnt auch gerne in den Kommentaren über Heyday diskutieren, was ihr da für Tipps und Tricks habt, für eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Soviel jetzt allgemein zu Heyday. Macht mir wirklich eine Menge Spaß. Kann es euch nur empfehlen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.